... der 218. Montagsdemo. Mein Name ist Sida Kalmbach und bin die Moderatorin von heute. Gleich zu Beginn unserer Montagsdemo möchte ich auch wieder auf eine ganz wichtige Veranstaltung hinweisen. Vom 25. April bis zum 27. April findet die bundesweite Bahnkonferenz hier in Stuttgart statt, für die wir auch heute werben wollen. Unter dem Motto Kopf machen werden viele Experten und Vertreter aus dem Widerstand gegen S21 einen kritischen Rückblick auf die Bahn AG machen und vor allem Ideen für neue, alternative und nachhaltige Formen der Mobilität diskutieren. Und mittendrin steht auch unsere Bewegung. Denn 20 Jahre Stuttgart 21 bedeutet auch 20 Jahre Widerstand. Und das Programm liegt auch heute wieder aus. Unsere Bitte, nehmen Sie bitte wieder einen Stoß mit. Vielleicht kennen Sie noch einige Personen, bekannte Nachbarn, denen Sie es noch in die Hand drücken können. Die Konferenz hat ein ganz spannendes Programm mit interessanten Rednern von Prof. Hermann Knoflacher, Klaus-Dieter Bodak über Winfried Wolf und Sabine Leidig bis Prof. Heiner Monheim. Los geht's am Freitagabend im Rathaus um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Am Samstagabend, also am 26. April, gibt es ein super Kulturprogramm, unter anderem mit Christine Priot und dem kleinen elektronischen Weltorchester Thomas Felder. Und für uns, ganz ganz wichtig, zusammenhängend mit dieser Wahlkonferenz, gibt es am Samstag, den 26. April, ab 16 Uhr, hier auf dem Marktplatz, eine Kundgebung mit anschließender Demonstration. Und unter anderem werden Reden auf dieser Kundgebung Egon Hoffnutzitz, Sabine Leidig und Volker Lösch. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir wissen es zu genau. S21 verursacht Chaos, reißt Haltestellen weg und zerstört Fahrwege der Stadtbahn, der Fahrradfahrer und Fußgänger. Und dennoch weigern sich Politiker, den Baustopp für die unausgegorenen Baupläne zu fordern. Die Grünen erläutern ihre Haltung sogar als kritische Begleitung. Da immerhin kritisch. Aber in der Konsequenz heißt das aber nichts anderes als Ja zum Weiterbau und zur Zerstörung. Denn für sie, für die Grünen, ist S21 schon naturgesetzlich geworden und als nicht mehr aufhaltbar. Und tun sich dann doch Probleme auf, dann sollen sich die Menschen sich damit alleine abfinden. So auch die Konsequenz, das Ergebnis dieser kritischen Begleitung. Und ich denke dazu passt auch das Zitat von einem Gemeinderat. Wenn die Stadtbahn nicht mehr fährt, dann sollen sich doch die Menschen ein Fahrrad zulegen. S21, Chaos ist damit gelöst. Wir schaffen uns alle ein Fahrrad. Aber ist es wirklich so? Und damit will ich auch gleich überleiten an unseren ersten Hauptredner. Wir sind froh, dass er heute da ist. Peter Pippijorkow von der Naturfreunden Ratgruppe Stuttgart. Dankeschön. Du hast das Wort. Applaus Ja. Danke. Danke. Vielen Dank.